So, na dann, spielen wir mal. Suche hin mit dem Spieler. Ja, wir treffen uns auf die Hand jetzt. Jetzt komme ich zu dir zu. Auf dich zu. Ja, da bist du. Ja, ja. Ja, ja, ich sehe dich schon. Alles gut. Jetzt sehe ich dich. Wie vollgepackt bist du? 95 Prozent. Ich kann aber ein bisschen Scheiß wegwerfen. Ist jetzt nicht so ernst, oder? Warte, warte, warte. Ich schweiß gerade. Ich habe heute ohne Ende Holz noch dabei. Soll ich das Holz wegwerfen? Also ablegen? Eigentlich nicht. Ich frage mich, warum du gerade schon mit einem Haufen weißer Holz hast. Weil ich vorhin dran war an Zeugs. Ja, dann packst du doch vorher weg. Ich habe jetzt 89 Prozent. Ja, das ist gut nicht viel. Scheiß drauf. Oh Mann, ey. Du bist voll, ja? Ja, deswegen solltest du ja mitkommen eigentlich und nicht mit 5000 Holz im Gepäck. Holz ist das geringste Problem. Ich schmeiß das jetzt hier hin einfach und dann bin ich bei 64 Prozent. So, dann gibts was rüber. Ich werde dir sagen, ich bin bei 140 Prozent. Ja, dann tu ein bisschen was rüber. Wie gesagt, ich habe etwas über die Hälfte. Ja, da wird es vor mir. Ja, alles klar. Alle Plünder. Ich bin überlastet. 129 Prozent. Na komm, dann schleichen wir jetzt mal gemeinsam zum Haus zurück. Du, ich nicht. Moment, halt, halt, halt. Halbe, halbe hier. Jetzt muss ich zum Haus zurückrennen. Ich bin bei 83, das werden wir nicht hinkriegen. Oder nicht? Dimmer? Ich bin überlastet. Ich bin jetzt bei 96. Hä? 96. 90. Ich bin bei 107. 90. Probier mal einen Tick was abzugeben. Okay. Das erste kann sich ignorieren, dass es nur mal müßt. Es ist nur ein bisschen verdoppeltes Fleisch. вид man ja, ich bin kein termin. Und das ist das nice, so nett, aber muss man sich hablar. Mit Mür nenhuma, genau. Nee, super. Deshalb war, ich fand alles eigentlich CSV zu verkaufen. es war ein kristall 103 prozent ich bin jetzt bei 79 bei 97 brauchst du noch äste oder kann die runter können die äste weg erstmal wenn ich sie runter nehmen, gut, das war noch mal 3 98 mein Hunger beginnt sich zu schwächen na toll wieviel habe ich jetzt überhaupt? 13? 13 kristall das geht schon weit weg vom kristall das geht schon über das geht schon noch einer der will dich ich muss bald was essen und was trinken vor allen dingen das mache ich jetzt gleich am erstes wenn du dir nicht immer was mitnimmst das eisen in den auch mal wieder anschließen so muss man hier stein ab solltest oder steinpegel sollte sie dann aber auch noch aus wo es bei dem ruf in der schmiede so yo Wie hast du das Feuer da eben angemacht? L2 Der 2, da tritt die bei mir Ja, du musst ja auch vielleicht mal ein bisschen mental gehen von dem Ding So Kann man versuchen Das wäre auch einfacher Das wäre zu einfach So, ich habe auch was gegessen Aber erstens noch eins Satt und abkühlt Gut, gefuttert und getrunken passt Du könntest mal die Hunde, die wir hier irgendwie mal hinterlebt haben, mal abholen Könnte ich machen, ja Ne, nicht irgendwo irgendwo Leder zwischen rumrum? Und nach Strat war aber glaube ich einer Ne, hier müssten vier rumrum ran Die aber nicht da sind Oh, oh, doch Waren die ein scheiß Wunder? Ich habe nicht mehr gemerkt, wo die liegen Einer habe ich gefunden Den Rest auch nicht Aber ich habe ja gleich vier Ledertaschen für dich Oh ja Ich komme zu dir runter Eins Das ist ja voll die Leichen, ja So Nehmen wir es mal Eins Zwei Drei War das nicht vier? Da Gut, machen wir es mal so Ich bringe es mal kurz ins Haus zurück Ach, hier ist wo die Oder was auch immer So Jetzt ist einer von denen Wie konntest du mich jetzt sehen? Ähm Ich kann zaubern Oder was? Ich greife die Ledertasche an Zwei Ledertaschen weg Ha, passiert Ähm Das Spiel backt so ein bisschen Ja Manchmal tut es das, ja Zu weit vom Haus entfernt Ich stehe im Haus Ja, links rein ich dann so doch Ich will unten am Strand nochmal das Dorf auseinandernehmen Ach Mann Das ist weg Das rüber Okay So Das stimmt hier nicht so ganz Ich gucke jetzt im Inventar Ja Die Kisten haben noch einen bestimmten Bereich Ja Ich meine Ich hätte das gerade So Das ganze Lederzeug Beziehungsweise Tür Sollst du ja auch in die Gerbewerkbank schmeißen Ah ja gut Also in die große Ja ja Warte, warte Was machen wir da direkt auch Und dann bitte L2 drücken Ja Das hattest du gesagt Ja Das hattest du ja auch in die Gerbewerkbank Okay 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 So Du wolltest dir diese Warteschlange, oder? Mhm Habe ich Warte, warte, mach ich mal noch was Was ich eigentlich noch machen wollte So Gut Tür zu Ist ja dunkel So Jetzt komme ich jetzt mal wieder Rum Ach da hinten wo es leuchtet bist du Das ist ja einfach zu finden Äh Warte, 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 warte Das ist jetzt blöd Ich kann mich nicht rollen, das ist das Problem Ich habe hier so ein bisschen was Mit viel Leder vor mir rumrennen Naja, lauf einfach Lauf einfach Ja, ja, lauf einfach Ja, ja, lauf einfach Du bist eine Stufe aufgestiegen gestiegen ich auch ich bin jetzt 14 17 war das hier was mit welcher 60 bis wo wir pferde gucken geht ja aber ich brauche erst mit den stellen und alles okay ach geht immer wieder auf den senkel ich sag lauf einfach und du schlachtest die da mal nachher okay dann gehen wir mal weg also bei denen geht das noch du kannst es ja dann gerne mal oben bei dem achtbeinigen ich bin bis jetzt zweimal gestorben im spiel so wie ich das richtig in erinnerung habe so du bist überhaupt irgendwo im wasser da ist es bis an dem frack und wo da glaube ich hin so Untertitelung des ZDF, 2020